moin moin und herzlich willkommen zurück zu raft ich bin es euer max deus und wir haben jetzt mal eine kleine neue aufnahmesession begonnen weil es wurde gestern doch schon ein bisschen spät und ja ich hatte heute wieder richtig bock drauf aufzunehmen hier und ja ich will eigentlich das boot hier fertig haben wir wollen hier haben genau und dafür brauchen wir nägel genau haben wir gerade keine ja kein planken was hat er wir werden hier gleich wahrscheinlich wieder entschuldigung irgendwas ist auch heute genannt also mit meinem hals das gefällt mir gar nicht dass das die ganze zeit nur so am husten drin habe ich muss schon in diese richtung der will dass wir dort anhalten haben wir auch wieder so ein anker machen wir mal eben ganz schnell eins in den fall wo wollten wir den hinpacken packen wir mal hier hin ja komm zurück beide nicht und das ist das sind viele viele was ein fass die wir nicht kriegen immerhin wieder plastik aber immerhin noch mal hier jetzt brauchen wir aber dringend schrott kann ich sein noch mal ein bisschen machen machen wir das auch mal voll dann machen wir so und das muss reichen wir düsen dran vorbei gerade warum auch immer so wie weit ist der ist interessant dass ich immer wieder vergesse hier äh nirgends rein zu ballern ein stück eisen obwohl wir haben eh kein schrott gerade deswegen müssen wir mal eben hier auf der insel schrott holen hier 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 ist hier 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 wenn wir hier das reicht schon und hoch damit ich glaube wir werden hier jetzt nicht attackiert von irgendwelchen E-Bahn daher kann uns jetzt erstmal auf dem Boot eh nichts also schauen wir uns hier erstmal um vielleicht finden wir noch was zu essen den können wir abhacken komm ich soll da hoch einen anderen Weg da hoch komm ich glaube nicht weiße Farbe brauchen wir ja auch erstmal gelbe Blume ach hier gibt's nicht die schwarze Blume sondern Kiste Fokus und Schlag was ein Rezept das in einem in Saft dazu breiten werden kann Eis immer wieder ein bisschen Schrott aber packen wir mal zusammen und das packen wir mal hier hin Fokusnuss Glas haben wir den brauchen wir gleich müssen wir erlernen wo ist denn unser Flos unser Raft da vorne Zermelone nehmen wir die hier auch noch mit Jo da sehe ich ein bisschen Schrott das gleich da rüber das Glas packen wir mal dahin sonst noch was zu sammeln Blumen wollen wir erstmal lassen so Teilwaren nehmen wir mit und hier wenn wir das hier reinpacken ah geil ein Glas ein bisschen fehlt uns noch Entschuldigung die sind erstens müssen wir auch dann holen wir uns mal den Schrott die unten irgendwo ist es ist interessant dass die Musik jetzt wieder aufhört wo wir auf der Insel sind wo wir haben jetzt den Schrott da ist auch nochmal Schrott wenn wir auch schauen dass wir vielleicht noch ein bisschen Metall fliegen super brauchen wir nicht das jetzt schnell Luft 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 oh das war knapp aber gerade kein Hai in der Nähe da habe ich jetzt ein bisschen Angst um mein Boot die Ärzte sehe ich jetzt nicht also Metall ich will nicht wissen wie tief es runter geht naja hier sind keine Ärzte mehr okay schade ich hatte mir mehr erhofft hier Planke platzieren genau und den hier dann können wir was wollten wir Nägel machen könnten wir können wir den hier wieder rausnehmen und der zeigt jetzt in die Richtung an können wir wo ist ein Hammer hier ich muss eben nochmal einen Schluck trinken da ist ein Hai wieder hier hat er was zum Anbeißen warum zeigt er jetzt in die Richtung dann fahren wir mal dahin hier ist schade um die Truhe also um das Fass hier ist dann halt so weit und der ist soweit und ah nee warte aha muss der jetzt repariert werden genau jetzt wollte er da zubeißen oder jetzt wo er zugebissen hatte ich mache das Ding aus Metall ach vielleicht ist es eine Idee erstmal hier unten alles aus Metall zu machen also so eine Umrandung die Frage die ich mir stelle ist wenn wir den hier hier zu machen durch Holz könnten war aber die ich glaube das Metall ist dann weg ersetzen durch Holz ersetzen durch Reet was wo mal Reet ist und hier ersetzen durch Massivholz dann haben wir hier stabile Treppe Treppe nice stabile Holzleiter stabile Holzzaunen ist auch nice ich finde das schon geil was wir hier machen können und dann hat hier ah geil Dächer gibt es auf irgendwie nice sollte ich mir einmal alles ansehen dann gibt es hier Fundamente Fundament Holzboden stabiler Holzboden stabiler dreieckiger Holzboden den brauchen wir ja auch noch später und dann hier erhöhter Boden lassen wir erstmal hier und oh jetzt müssen wir essen dann haben wir uns eben einen Fisch das würde Sinn machen wenn wir hier jetzt mal was Essen angeht hier so ein Grill mit Heilbaren brauchen wir schwimmt der Wahl einfach durch mein Schiff finde ich nicht so nice würde ich jetzt aber wirklich gerne mal einen Grill bauen das heißt wir sparen uns das ein bisschen hier oh warte mal vielleicht ist da was zu essen ne 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 aber schrott immerhin immerhin kriegen wir nochmal ein bisschen Schrott hier na du und wir müssen den hier mal eben auch nur sichern dann beiß er hier und knickt ab dann bauen wir uns gleich einen großen Grill fangen wir uns jetzt noch einen Fisch so rohe Makrele und unsere Angesammer auch toll ah immer ne Kartoffel ein bisschen essen ist immer gut so und danke den nehmen wir mit und wieder die Pässe ja den nehmen wir auch mit und so gut wenn es so funktioniert keine keine brauchen wir nicht wie ist es denn hier für ach der sagt jetzt in die Richtung oder da wo die Insel ist wahrscheinlich oh wieder ein Paket Lichterkette und nochmal Sprott komm schon den will ich haben komm ja wir haben komm wir fahren mal da rüber komm ich will dich haben komm so müsste ich hier auch schon so weit sein so zwei Stück haben wir dann können wir jetzt eben den Grill bauen hier den Grill so den packen wir mal hier hin ah jetzt brauchen wir noch ne Angel Wolzen und Schrott brauchen wir dafür ähm hallo wir wollten da hin und anlegen der Kartoffeln ah ne wir hätten den wir hätten den hier noch drauf okay ah nice und kommen wir da jetzt vernünftig ran machen wir das halt so und den machen wir so dann können wir hier noch innen drin verstärken äh ist der schon fertig nein der ist noch nicht fertig haben wir hier noch was Samen genau was wir können wir hier reinpacken äh bin mir gerade nicht sicher aber wir brauchen noch mehr Lager wo war unsere Wasseraufbereitung hier brauchen wir noch einen neuen Haken gleich aber gut dass wir noch dafür haben komm wieder Samen nice okay aber zuerst haben wir jetzt mal nichts bekommen machen wir noch mal machen wir noch mal so nicht hier hin warte mal äh die Nägel ich glaube so ist besser okay finde ich hier auch noch ein bisschen was zu essen also keine roten Blumen die will ich jetzt eher weniger essen Kokosnuss so die tauschen mal noch mal so dann essen wir jetzt mal die Kokosnuss graze Blume ananas ah so ist besser finde ich ja dann schauen wir mal da ist wieder Schrott wir brauchen nicht nur Schrott wir brauchen wieder Eisen also Metall dann gehen wir jetzt wieder auf Metalljagd dann gehen wir jetzt wieder auf Metalljagd ich hoffe der bleibt weg da ist Metall ganze drei stück sogar nice komm hoch ja ja so so Schrott nehmen wir auch noch mit ähh hex high ja takimi weiter fixer hier nochmal Metall ja genau mach mich tot jetzt mache ich mich selber tot ähm jetzt muss ich aber oh das war aber jetzt knapp uh was machen wir so komm schnell so hier fehlt noch was genau und so können wir aus dem restlichen nochmal Nägel machen den packen wir mal hier hin die Damen packen wir wieder in die Truhe dann dann Palmblätter haben wir zu viele können wir aus den Palmblättern irgendwas machen wenn wir hier drauf klicken was passiert weiß ich jetzt nicht äh ein bisschen wie Lehm was ist das Kletterpflanzen glibber die Welt der Glas kann mehrere Tassen Wasser auf einmal reinigen nötig keinen Treibstoff warum bauen wir das Ding nicht wir brauchen dafür Glas ok wie machen wir hier Glas oh wir haben eine Schere die Schaufel können wir auch noch die Küder Insekten Netz Netzwerfer hier einen Bogen da brauchen wir Kletterpflanzenglipper Ausstattung haben wir nichts also Parnier brauchen wir Metallbarten Möbel haben wir hier ohne Ende Teppiche Teppiche Wir machen uns hier noch verstärken verstärken. Also, wir wollten ja wieder los. Genau. Und was sagt der in welche Richtung? Diese Richtung. Und los. So, dann angeln wir uns mal ein bisschen was an Essen. Dass wir dann auf den Grill schmeißen können. Entschuldigung, wirklich, wegen meinem Husten. Aber es scheint sich doch mittlerweile ein bisschen zu bessern. Ist zwar noch da. Aber die Frage ist, für wie lange? So, komm schon. Will dich haben. Komm, Fisch. Und noch einen Fisch brauchen wir. Komm schon. Komm, ich will dich haben, Fisch. Ja. Roher Hering. Sagen wir packen den mal hier hin. Und. Ah, nice. Und ein paar Planken rein. Der hier ist auch schon wieder soweit. Äh, warte mal. So. Und. Können wir hier verbessern, verstärken. Ich finde das irgendwie geil, wenn es hier einmal komplett unten alles so ist. Ähm. Den will ich haben. Ah, wieder ein Paket. Was lernen wir heute? Offenes Buch. Na, jetzt will er ein offenes Buch. Wir haben jetzt aber keinen verpasst hier, oder? Der braucht bestimmt auch noch wieder planken. Und. Planke. Ah, nice. Wieder essen. Ah, geil. Haben wir noch irgendwas zu essen hier? Boah, ist das geil, wenn man endlich mal den Magen hier voll sieht. Da drin gibt's ne Kiste. Da drin gibt's ne Kiste. Die Kiste wollen wir haben. Die Fass nehmen wir auch noch mit. Und der kann nicht mehr zubeißen. Und der kann nicht mehr zubeißen. Ja. 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 Nice. Oh, zwei Pakete sogar haben wir insgesamt. Besteck, Eis. Und ne Flagge. Dafür können wir auch mal draufpacken. Die lassen wir mal drinnen. Dann. Ähm. Und nochmal auffüllen. So, wo haben wir den Hammer? Hier. Das heißt, wir machen jetzt das noch. Verstärken. Die beiden. Dann machen wir einmal komplett hier alles im inneren Bereich. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass du wieder mit eingeschalten hast. Ich bin's. Euer Max Deus. Und. Ciao. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018